Stadtratte und Landratte von Jean de la Fontaine Eine Produktion von Zücks Hörbuch Stadträttlein lud einst zum Feste und zu Tisch auf hoch und fein fette Ortolanen-Reste. Landratte, Landrattelein, gar höfisch ein. Auf dem türkschen fein gewebten Teppich stand das Mahl bereit und die beiden Freunde lebten lustig und in Herrlichkeit. Man genoss in vollen Zügen köstlich, mundete der Schmaus. Plötzlich, mitten im Vergnügen, wurden sie gestört. O Graus, klang es nicht, als ob was krachte. Hei, wie Stadträttlein in Hast, gleich sich aus dem Staube machte, schleunigst folgt ihm nach der Gast. Blinder Lärm, nur was, es wandern, beide wieder in den Saal und Stadträttlein spricht zum Andern, setzen wir jetzt fort das Mahl. Danke sehr, spricht jenes, morgen kommt zu mir aufs Land hinaus, kann dir freilich nicht besorgen dort so königlichen Schmaus. Einfach nur, doch unbeneidet, voller Sicherheit bewusst, speise ich dort, pfui solcher Lust, die durch Furcht mir wird verleidet. Die Saal